Die Deutsche Reichsbahn Güterzug Kult Lok V200, die für die DDR gebaute Variante der ehemals sowjetischen M62, kommt als Pico-Expert-Modell in den Verhandel. Die Baureihe V200 der Deutschen Reichsbahn war eine Baureihe von diesel-elektrischen Lokomotiven. Zwischen 1966 und 1975 bezog die Deutsche Reichsbahn insgesamt 378 Lokomotiven der sechsachsigen diesel-elektrischen Baureihe M62 als Baureihe V200 aus Luchansk der ehemaligen Sowjetunion. Die Loks der ersten Lieferserie waren noch nicht mit einem Schalldämpfer ausgerüstet und erzeugten dadurch einen so großen Lärm, dass ihnen die markanten Auspuffgeräusche den Spitznamen Tiger Trommel einbrachten. Mit Einführung der EDV-Nummern bei der Deutschen Reichsbahn 1970 wurde sie zur Baureihe 120 umgezeichnet. Die letzten Exemplare erhielten 1992 noch die gesamtdeutsche Baureihenbezeichnung 220. Die Baureihe ist bei der Deutschen Bahn AG seit 1995 ausgemustert. Einige Loks sind museal erhalten oder stehen bei Privatbahnen im Einsatz. Das Pico Epoche III Expert-Modell, die Lokomotive V200-026 der Deutschen Reichsbahn, ist eine komplette Neukonstruktion und gibt den Betriebszustand ab 1967 in der Ausführung ohne Schalldämpfer im Ablieferungszustand der ersten Fahrzeuge wieder. Das Original des Lokmodells war der RBD Dresden BW Reichenbach mit Abnahmedatum vom 22. März 1967 zugeordnet. Das Modell der V200 kommt in DC- und AC-Ausführung in den Verhandel. Die AC-Variante ist ab Werk mit dem Pico Smart Decoder 4.1 Plax 22 Multiprotokoll mit MFX-Fähigkeit ausgerüstet. Die markante Pico V200 der Deutschen Reichsbahn besticht durch feinste Lackierung und Bedruckung in stimmigen Farben und Beschriftungen. Die detaillierte Dachlandschaft ist mit feinen Gravuren und Lüftern exakt wiedergegeben und entspricht der ersten Lieferserie ohne Schalldämpfer. Die Maschinenraum-Nachbildung ist detailliert und über die Maschinenraumseitenfenster gut zu sehen. Viele extra angesetzte Details wie die richtig positionierten Lüftungsgitter an den Fronten mit sieben Lamellen, feine Nachbildungen der typischen Hupen der Reichsbahn, hochglänzende Fronthandläufe, schmale Umläufe, Batteriekästen, Luftkessel, Bremszylinder, Sandrohre, Luftleitungen und Treppen runden die perfekte Nachbildung der Pico V200 ab. Darüber hinaus besitzt das Fahrzeug die Nachbildungen der charakteristischen Kardanwellen der ersten Fahrzeuge an den Drehgestellen. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Zur Erhöhung der Zugkraft ist die V200 mit zwei diagonal angebrachten Haftreifen an den Drehgestellen versehen. Das Modell ist mit einer PLAX 22 Schnittstelle ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Pico Multi Protokoll Smart Decoder 4.1 PLAX 22 abrufbar. Das Modell ist für die Aufnahme eines Sound Decoders mit größtmöglichen Lautsprecher vorbereitet und kann problemlos nachgerüstet werden. Folgende digitale Funktionen sind abrufbar. F0 Licht an Aus F1 oder F2 Schlusslicht Führerstand 1 oder 2 F3 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 Führerstandslicht F4 Fernlicht F5 Maschinenraumbeleuchtung F6 Rangelicht vorn, rechts, hinten, links F7 Rangelicht vorn, links, hinten, rechts Die Pico V200 der Deutschen Reichsbahn besitzt durch die Verwendung eines schweren Zinkdruckgussrahmens einen sehr ruhigen Lauf sowie exzellente Langsam-Fahreigenschaften. Angetrieben wird die Lok durch einen kräftigen 5-poligen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen sorgen. Das detailverliebte Modell der Diesellok V200 der Deutschen Reichsbahn zeigt einmal mehr das hohe Pico-Niveau bei Neukonstruktionen und verspricht langanhaltenden Spielspaß, durch die betriebstaugliche Ausführung, durchdachte technische Features und hervorragenden Fahreigenschaften mit hoher Zugkraft. Mit dem attraktiven Modell der bulligen Kult-Lokomotive V200 erfüllt Pico den Wunsch vieler H0-Bahner nach einem zeitgemäßen, fein detaillierten Modell dieser wichtigen Baureihe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017